Willkommen. Ich glaube nicht, dass wir... Da! Das ist sein Signal! Das ist er! Zurück zu den Fahrzeugen! Wir haben ihn! Hier drüben! Hier lang! Hierher! Das ist mir zu kaputt. War nicht ein Pfeil in der Rund? Meine Güte. Ich dachte, sie wären auf dem Grund des Flusses. Nein. Anscheinend nicht. So. Bye-bye, Hargreef. Jetzt sind wir wohl auf uns gestartet. Schön, Sie zu sehen, Mann! Hören Sie, ich hab mir überlegt, dass Sie vielleicht... Später, Professor. Halten Sie die Vorlesung unterwegs. Hier entlang. Los! So. Erreiche die Selbststruktur im Central Park. Steige auf das Fahrzeug. Alcatraz. Mann, Sie haben's geschafft. Was ist das so empfindlich? Naja. Ähm. Fährt das Fahrzeug noch los? Los! 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 Elcatraz, es geht um dieses Stück aus Profits Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der SEF direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Profit war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Sporen. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir Sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber, wir müssen in den Park so lange noch Zeit geschoben. Das ist der Kanal, ne? Gegen Sie los. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tyra Strickland, im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park und erwarten Sie den SEF an zu stoppen. Wir müssen uns ganz selber über 20 Brautmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich habe gerade einen Streuschen in Zentralen. Soll ein Packungsfluggeräusch bei Coppo und Red Hatten abwärmen. Colonel, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen. Und die Brooklyn, Jersey, F. Hall, die können das nicht überleben. Das Weltmeister, Franklin. Wir trachten das als notwendig so, um die SEF aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Brinkman. Negativ, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben, aber wir müssen jetzt handeln. Nicht wiederholen. Können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Auf die Seite! Wir haben Läufer, 9 Uhr! Wir halten nicht aus. Wir legen sie teken! Soll ich meinen... Ach du Okacke neum? Ich bringe zum Zuhause. Och mein Gott! Was ist das? Los! Los! Los. Los. Uhl. Au. Äh. Alcatraz! Alcatraz kommen! Wo ist dein Signal? Alcatraz, falls sie mich hören, ich aktiviere jetzt unser GPS-Signal. Suchen sie sich eine erhöhte Position und verfolgen sie unser Signal. Wir wissen fest, die SEV kommen überall aus dem Gebälk. Ich versuche Barclay zu erreichen. Kämpfe dich durch das Gebäude und stoße wieder zum Team. So. Röcherskobayler. Taktische Optionen verfügbar. Oh, der hat mich schon gesehen. Röcherskobay. Körner, warte ich. Wo bleibt meine Luftunterstützung? Wir wurden hier eingekesselt. Ein Jet mit Luftbodenraketen ist von Megaya aus zu ihrer Position unterwegs. Aber irgendein Funkverkehr der SEV schläft nicht über den Fenster. Der Pilot braucht Hilfe bei der Zielerfassung. Ist Alcatraz by... Alcatraz, suchen Sie sich einer erhöhten Position. Kussunterstützung kommt! Mach ich gerade. Test, test. Wird viel, ob mal das komisch war. Wartet mal einen Moment. Nicht wundern, ich muss kurz was machen. Wirklich kurz. Weil ich habe die Vermutung, dass was... Oh, ist okay. Der Mannschaft stellt sich mal ein Mikrofon einfach auf Pegel 100 und dann ist alles so übersteuert und so. Ich hatte gerade das Gefühl gehabt, ob es so der Fall sein könnte. Alcatraz, wir fliegen hier praktisch blind. Ich muss die Ziele jetzt zählen. Wir markieren den Ceph hinterhalb für einen Luftangriff. Ähm. Turf wird aktiviert. Wir bekleten den Ceph dahinter. Boah! Boah. Ziele bestätigt. Moment. Was? Wasch! So. Da schubst du dich einfach runter. Ich muss die Ziele jetzt sehen. So, ich muss die erstmal alle töten, sonst geht's klappen. So. So. Ja, warte. Bevor wir ihn. Stetig. Moment. Feuer ist. Drei. Zwei. Zwei. Scheiße, Mann. Das war zu knapp. Das war... ... 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 Klappt! Ich bin der Rückmutter. Ich bin der Rückmutter. Ich bin der Rückmutter! Ähm... Jawohl! Gott schütze sie! Jaaaaaaaaaaah! Ah kuckuck! Hören Sie Alcatrice! Ihr Lufttransport ist unterwegs! Sechs Helikopter von Cell! Mehr haben wir nicht! Und wir haben alle keine Zeiten mehr! Wenn es nicht gelingt, die Lage erfolgreich zu meistern, wird Stratcom auf Befehl des Pentagons einen taktischen Nuklearschlag auf Manhattan durchführen! Und zwar in 20 Minuten! Was immer Sie vorhaben, Sie sollten sich beeilen! Ich würde mal sagen... Wir sehen uns in der nächsten Folge! Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen! Gerne ein Abo geben! Und gerne fleißig kommentieren! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!